Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum 17. Teil von Warum ist das Leben so lang? Grüße dich, Genosse Hammer. Wir müssen heute ein bisschen improvisieren, weil unser Gast leider abgesagt hat. Wollen wir verraten, wer unser Gast gewesen wäre heute? Auf jeden Fall. Also Mandy Gerd, bildende Künstlerin aus Leipzig, die gleichzeitig Abgeordnete ist für die Linke im Stadtparlament. Die hätten wir heute mal interviewt. Ja, das wäre cool gewesen. Und wie das alles so läuft mit Kunst und Politik und so weiter. Die ist leider ein bisschen krank und hat deswegen abgesagt, wir müssen das ein andermal aufnehmen. Aber auf jeden Fall machen wir es noch diese Woche. Ja, das wäre schön. Inschallah. Inschallah, das hätte mich auch sehr interessiert, weil Politik finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Und ich habe ja auch immer überlegt, ob ich nicht vielleicht doch nochmal totale Kehrtwende mache und Politiker werde. Dass du in die Politik gehst, das hätte ich dich gefragt, ob du dir das vorstellen kannst. Aber würdest du da noch Künstler sein können? Ja, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Es gibt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das ist, Rumänien oder Ungarn oder sowas. Da gibt es den Staatspräsidenten, der ist Künstler. Also Ungarn glaube ich nicht, weil Urban ist auf keinen Fall ein Künstler. Nee, 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 Albanien war das. Der Typ heißt Eddie Rama, das ist ein ehemaliger Basketballspieler, hat dann angefangen Kunst zu machen und irgendwie in seinem Heimatland in Albanien dann irgendwie gesehen, dass politisch alles ein bisschen wirr ist, hat eine eigene Partei gegründet, wurde dann sogar gewählt und ist jetzt der Staatspräsident und muss den ganzen Tag in irgendwelchen Sitzungen sitzen und wichtige Sachen entscheiden. Und der krackelt dann immer so auf diesen Akten rum, so in Ausstellungen sieht man von ihm so irgendwelche ultra wichtigen Geheimdienstdokumente, wo er dann Blumen drauf gezeichnet hat oder irgendeine Ornament-Scheiße. Es ist alles so ein bisschen Telefonzeichnungsmäßig, also man hört zu und krackelt dabei rum. Und der scheint irgendwie international auch einigermaßen erfolgreich zu sein, hat in Venedig auch teilgenommen bei der Biennale, ist auch irgendwie Best Buddy von Olafur Eliasson. Ist ganz interessant, kann man sich mal angucken. Aber ich könnte mir das gut vorstellen, vielleicht für die Partei, also für die Partei, die Partei anzutreten. Die haben jetzt eine coole Aktion gemacht, die haben übelst viel Geld nach Syrien gespendet. Die haben richtig viel Spendengelder eingesammelt und an den roten Halbmond geschickt, die dort Verletzte versorgen. Du weißt, die Türkei, die dort gerade einen Krieg führt gegen die Kurden. Ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil du gerade übelst gesagt hast. Entschuldigung, das hat jetzt mit der Sache gar nichts zu tun, aber weil übelst ist ja so ein Ostwort. Also ich würde ja mal behaupten, das Wort übelst ist in den 80er Jahren im Osten entsprungen irgendwo zwischen Thüringen, Sachsen und Brandenburg und ist nie untergegangen. Nee, ist nicht untergegangen. Und dann bin ich irgendwann in den Westen gefahren, ich war irgendwie in Osnabrück oder Bielefeld oder so. Da sagt man derbe, ne? Und da haben die Leute, nee, auch übelst. Übelst. Da sagen die auch übelst. Die Leute sagen übelst. Ja, pass auf. Und da habe ich das erste Mal mich gefreut, dass übelst so ein Exportschlager ist offensichtlich. Und letztens unterhalte ich mich mit einer Frau aus der Schweiz, aus der Zentralschweiz und die sagt mitten in ihrem schweizerisch gefärbten Deutsch auch plötzlich übelst. Ja, Wahnsinn. Es gibt drei Sachen, die der Westen aus der DDR übernommen hat. Das ist das Ampelmännchen, das sind die Doppelstockzüge und das ist das Wort übelst. Offensichtlich, ja. Du, mit der Mandy Gerd, das müssen wir auf jeden Fall nachholen. Das interessiert mich wirklich sehr, so Politik und Kunst zu vereinen, finde ich cool. Ja. Finde ich echt gut. Also für mich ist es, ich kann es mir schwer vorstellen, ich habe heute Grafik gemacht hier an der Hochschule. Ja. In der grafischen Werkstatt und so im Hintergrund war die ganze Zeit das Gespräch so Hochschulpolitik. Ja, ja, ja. Und ich fand es sehr schwer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, wenn du... Du meinst, dich mit Politik beschäftigst? Naja, also Politik in dem Fall heißt ja auch Intrige. Und was will der und der jetzt damit bezwecken, dass er sagt, so und so, ich unterschreibe das nicht und so weiter und der will mir doch nur eins reindrücken und was sind jetzt wieder die Pläne und wer steckt mit wem unter einer Decke und so weiter. Mich würde das komplett innerlich ausfüllen. Oh, mir hat das so viel Spaß gemacht. Als ich im Studentenrat gesessen habe, das war alles so leicht durchschaubar. Ich habe da, also ohne mir jetzt irgendwie da was anmaßen zu wollen, ich habe da irgendwie fünf Minuten drauf geguckt, habe da das verstanden, wer aus welcher Ecke kommt. Ey, ich habe mir da einen abgelacht. Wir haben da im Stura, haben wir echt auf so viel geschissen und einfach unseren Quatsch gemacht. Wir haben, das kann ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, wir haben 2000 Euro verballert, um ein neues Maskottchen einzuführen. Kippi, die kritische Kippe. Der eine oder andere mag sich noch daran erinnern, eine große laufende Zigarette, das kritische Maskottchen von der Hochschule und wir haben einfach eine Näherin, also wir haben eine Näherin beauftragt, uns dieses Kostüm zu schneidern und haben dir einfach ganz cool zwei Scheine rüber geschoben. Da gibt es ja auch einen kleinen Film, ne? Da gibt es auf YouTube einen kleinen Film, kann man sich noch angucken, Kippi, die kritische Kippe, das ist eine große laufende Zigarette, die auch so rumpöbelt und auch so ein bisschen so Stühle umschmeißt und auch so Studenten auch gerne mal so einen Klaps auf den Hinterkopf gibt, so um sie zu motivieren, so also es ist kein Positives. Die ist schlecht gelaunt. Die ist schlecht gelaunt, ja, das ist das Maskottchen der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Ey, die Leute rauchen unglaublich viel, ne? Ey, du ist... Ich stelle das jedes Jahr fest, ich bilde mir, also vielleicht liegt es daran, dass ich nicht mehr rauche. Und ich bilde mir das nur ein, aber ich habe das Gefühl, alle rauchen. Ja, ja. Alle rauchen hier. Ja, siehst du, deswegen eine kritische Kippe, passt perfekt an eine Kunsthochschule. Ja. Ja, mit dem Rauchen ist sowieso alles, ich muss damit auch aufhören, das geht dann so. Also Millionen, ich meine Millionen fließen, ich meine jetzt, ich weiß nicht, bin ich irgendwie ein alter Mann jetzt oder so, aber Millionen fließen in die Tabakindustrie. Ich meine, junge Leute geben wahnsinnig viel Geld aus, dass an Leute fließt, denen es egal ist, ob sie gesund sind. Bin ich bescheuert? Ja. Die Leute leben irgendwie vegan und entwickeln gewissen allen möglichen Dingen gegenüber, was ja auch gut ist. Aber ausgerechnet bei der Sache gibt es so einen blinden Fleck. Habe ich dich unterbrochen? Sorry. Nee, mir fallen dazu immer nur so ganz blöde Themen ein, die so ein bisschen ins Private gehen. Aber das Ding, mein Problem war immer, im Alter zwischen 18 und 28 habe ich nur an Sex gedacht. Ich schwöre, nur an Sex, Alter. Zehn Jahre lang? Permanent? Ja, ja, 25 Stunden am Tag nur an Sex gedacht und Rauchen war das Einzige, was so irgendwie so ein bisschen geholfen hat, was die, die überbordenden, das überbordende Testosteron ein bisschen gehemmt hat. Ist das so? Ja, irgendwie schon. Okay. Irgendwie schon. Jetzt ist es langsam, jetzt habe ich die 30 überschritten, jetzt hält sich es gerade die Waage, aber ich merke, dass, dass ich mit dem Rauchen aufhören muss, so in den nächsten fünf Jahren. Du meinst also, dass... Rauchen macht impotent. Nee, aber jetzt nochmal andersrum gedacht, dass sozusagen, ich sag mal, eine stärkere Etikette im Sexuellen, also eine Theorie, Männer können nicht mehr, dürfen nicht mehr so, als die Testosteronmonster auftreten und über die Frauen herfallen und Sprüche machen, es kommt nicht mehr, es ist gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert. Das wiederum heizt den Tabakkonsum an. Interessanter Punkt. Sie rauchen lieber eine. Ja, um ein bisschen runterzukommen, auf jeden Fall. Um sich runterzukühlen. Ja. Ah, also ist MeToo nur eine Kampagne von der Tabakindustrie. Eventuell, aber wie gesagt, das Hörten muss dann ja auch wieder aufhören, weil du dann eben feststellst, okay, Testosteron geht jetzt mit 30 so langsam runter und wenn es dann irgendwie in der Kiste noch rappeln soll, dann müsste man dann wahrscheinlich mal demnächst aufhören. Meinst du? Ich kenne den einen oder anderen, du, du, ich kenne wirklich den einen oder anderen, der genau aus diesem Grund aufgehört hat zu rauchen. Weil es impotent macht. Ja, weil es impotent macht. Bringt mich übrigens, bringt mich übrigens zum nächsten Thema. Sehr gut. Ich habe ganz, ich habe ganz viel Feedback bekommen. Okay. Positiv, also ganz viel positives Feedback scheint irgendwie immer mehr Leute zu geben, die unseren Podcast echt abfeiern und, und uns sich den gerne anhören. Ich glaube, dass wir jetzt auf Spotify sind, ist auch ein cooler Move und so. Ja, ich war so stolz, als ich das gesehen habe, ja. Ah ja, ich auch, ich auch, ich habe mich auch sehr gefreut. Und ich habe einen Themenvorschlag bekommen von Konstantin Rosenkranz, Maler aus Leipzig. Ja. Der hört auch immer beim Malen unseren kleinen Podcast und hat mir dann geschrieben, dass vielleicht ein interessantes Thema wäre ja auch mal so Vaterschaft oder überhaupt Elternschaft, Elternschaft und Kunst. Was, so wie das so eine Doppelbe... Also darüber könnten wir uns auch mal unterhalten, fände ich auch mal ganz interessant. Ich selber habe keine Kinder, ich weiß nicht, wie es ist. Meine Professorin damals hatte auch keine Kinder und, aber andere Freunde haben von mir Kinder und die haben immer ganz schön zu strugglen, so beides unter einen Hut zu kriegen. Künstlerische Karriere, Kinder, die ja auch ganz viel Aufmerksamkeit haben wollen. Ja. Und du selber bist ja auch zweifacher Vater. Also wäre mal ein Themenvorschlag. Ja, ich kenne einen Maler, der hat fünf Kinder. Ja. Den könnt ihr mal einladen, fragen, wie es läuft. Ja, und wie läuft es bei dem? Ist der erfolgreich? Äh, das läuft ganz gut bei dem, ähm... Ach, Thilo Baumgärtel ist das, ne? Ne, das ist Tobias Lehner. Ah, und Baumgärtel hat auch viele Kinder. Baumgärtel. Der hat unendlich viele Kinder, der hat auch irgendwie so zwölf oder dreizehn Kinder oder sowas, oder? Die alle in seinem Atelier sind und Farben anmischen. Zwölf oder dreizehn. Genau, in Zwergenkostümen. Mischen die die Farbe an und summen dabei lustig vor sich hin. Sie haben immer gute Laune, man weiß nicht, wie er es macht. Und man fragt sich immer, wie der so riesige Bilder malen kann, so gigantische Bilder. Und der hat einfach seine kleinen Zwergenhilferchen. Ja, ja, genau. Hi, ho, hi, ho. Naja, das ist, das ist so ein, ich finde, das ist so ein Traum, so Kunst als Familienbusiness. Das finde ich super. Ich auch, ja, ich finde die Idee auch gut. Also, wenn, 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 wenn ich sehe, dass das klappt, ich meine, du kannst es, es ist natürlich schwierig, erst mal, du weißt ja nicht, wenn du Kinder bekommst, haben die da Bock drauf, ne? Ja, ja. Also, ich habe mal mit der Kindergartengruppe von, von meiner Tochter, bevor die in die Schule gekommen sind, bin ich mit denen hier an die HGB gegangen und habe denen mal die grafischen Werkstätten gezeigt und dann haben wir alle zusammen einen Holzschnitt gemacht und so und zum Schluss gab es ein Geschenk und zwar einen Holzschnitt von mir, so eine, so eine Eistüte mit einer Hand, die die Eistüte hält. Toll, schön. Und alle haben sich, alle haben sich gefreut, nur meine Tochter fand es total scheiße. Ja, scheiße. Weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ja, am Schluss gibt es eine Überraschung und so und irgendwie so Spannung aufgebaut und dann war das halt so ein Ding, was ich halt immer mache, ne? Für sie wurde das halt... Und dann schenkt der Papa schon wieder ein Bild. Ja, ja, genau. Also die Kinder, ich meine, man stellt sich das lustig vor, ja, die Kinder sozusagen mit den Kindern Kunst machen und so, das kann ja auch ganz schön sein, nur wollen die das immer so... Naja, das wäre interessant, ne? Also mein Stiefonkel damals, der hat an der Universität unterrichtet. Ja. Und der hat seinen, dann immer, wenn er so Vorträge gehalten hat, dann hat er seinen jungen Sohn, also seinen Babysohn, so vorne um die Brust geschnallt mit so einem Tuch. Also das war halt auch in den 70ern, ja, so auch alternativ, so ein bisschen hippiemäßig. Und dann hat er da so seine Vorträge gehalten und vorne hat dann immer so seinen Sohn gepennt. Also war dann irgendwie auch ein ganz cooler Umgang irgendwie. Aber geht natürlich auch nicht immer. Das hat der Thomas Zipp auch so gemacht. Und ich hatte auch schon Kinder in der Hochschule dabei und so. Das geht mal, aber das geht halt wirklich nicht immer. Erzähl doch mal, du sagst Resonanzen hast du gekriegt. Ja, jede Menge, also es kommt irgendwie jeden Tag was rein. Also ich kann auch mal erzählen, also Anna Nero ist ja irgendwie großer Fan von unserem Podcast, war auch schon mal zu Gast und wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch noch mal zu Gast sein. Total gerne, die soll ihren Mann mitbringen. Die soll ihren Mann mitbringen, Dimitri Kapitelmann, der hat ein tolles Buch geschrieben, mein blinder Vater heißt das, glaube ich, oder? Ne, mein unsichtbarer Vater, Entschuldigung, mein unsichtbarer Vater. Ne, ich glaube es ist noch ein bisschen komplizierter, irgendwie Gespräch mit meinem, ach shit ey, schlecht vorbereitet. Er hat ein Buch geschrieben, so viel ist sicher. Über, über das jüdisch sein in Deutschland, über, darüber wie es ist, Vater Jude zu sein, also Judentum kann nur über die Mutter weitergegeben werden und er ist Vater Jude und hat darüber ein Buch geschrieben. Sehr interessant. Jedenfalls ist Anna Nero Fan von unserem Podcast, schöne Grüße an dieser Stelle und die unterrichtet mittlerweile in Mainz und hat dort ihren Studenten die Hausaufgabe gegeben, um unseren Podcast zu hören. Pflichtprogramm. Pflichtprogramm, ey, super geil. Fragt sie dann so Inhalt ab und so? Naja, nächste Woche, ja, auf jeden Fall, genau das. Gibt's eine Klausur? Na, auf jeden Fall, also mindestens, ne, sie verteilt dann auch Noten, so eins bis sechs und so. Was hat Paula Hammer in der Sendung gegessen? Und ich habe mich ja so gefreut über diese Nachricht. Womit hat Florian Hesselbart zwischen 18 und 28 seinen überbordenden Sexualtrieb eingedämmt? A. Masturbation, B. Geschlechtsverkehr oder C. Nikotin. Naja, und wie gesagt, das hat mich extrem gefreut, dass da irgendwie so ein Mehrwert, also das ist die Folge mit Raphael Horzorn gewesen, dass da so ein Mehrwert entstanden ist, dass man dann auch so sagt, okay, das kann man jetzt auch super irgendwelchen Studenten zeigen, die sollen da sich mal was abschauen oder mal drüber nachdenken. Na, von Horzorn kann man auf jeden Fall was lernen, ne? Ja, ist ein geiler Podcast geworden. Ich habe laufen gelernt bei ihm. Sehr gut, also auch nochmal an dieser Stelle, hört euch denn die Folge mit Raphael Horzorn an, die ist echt cool geworden. Kritik gab es auch, hast du gesagt. Ja, und zwar an dir, lieber Paule. Oh, shit. Du lachst zu laut. Ich lach zu laut, scheiße. Ja, nein. Aber dann müssen wir das runterpegeln. Genau, das ist nur eine technische Frage. Das muss man einfach ein bisschen runterpegeln. Oder am besten gar nicht mehr lachen, Paula. Was hältst du denn davon? Scheiße, Mann. Einfach nicht mehr witzig sein. Ey, das ist aber mein, das ist mein Signature-Move, meine Lache. Die habe ich mir vorher extra antrainiert, so schreiend zu lachen. Ja. Ich habe vorher immer mehr mit so einem Meerschweinchen gelacht und jetzt dachte ich, bin ich im Netz, jetzt muss ich ein bisschen raushauen. Ja. Ja. Echt? Geht das Leuten auf den Sack? Ähm, nee, ist einfach zu laut. Also, es war nicht ausgepegelt. Na, okay. Also, es ist einfach so, dass wir normal sprechen und wenn wir dann lachen, dann lachen, du lachst wahrscheinlich lauter als ich, weiß ich nicht. Ja. Aber dann ist es einfach so, dann stößt es so hoch, der Pegel stößt so hoch und die Leute reißen sich die Kopfhörer von den Ohren und mit so Tinnitus auf den Ohren und sagen, ah, er hat schon wieder gelacht. Ey, das ist meine scheiß Psychologie. Du sagst, du hast viel Feedback gekriegt, Gutes und auch Schlechtes. Und ich denke sofort, was ist schlecht, was ist schlecht, was war schlecht, was machen wir falsch? Ja, das ist bei mir auch so. Es ist irgendwie, fünf Lobe kann ich kriegen. Am Samstag war Party bei uns im Haus, ja, die Bude war voll so. Typ an Tresen sagt zu mir, geiler Podcast, den ich noch nie gesehen habe, ja. Ich freue mich total, aber dann sagst du mir sowas und ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, mich zu fragen, was nicht stimmt. Oh, so geht's mir auch, ey. Ich hab, ich krieg auch so fünf SMS oder Kommentare unter den Videos. Übrigens, kommentiert uns auf YouTube, bitte. Ja. Oder abonniert gleich den Kanal. Fünf tolle Kommentare, dieses Abfeiern und einer und dann kommt irgend so eine blöde SMS, wo irgendwas drinne steht mit, ja, die letzte Folge war aber auch ganz schön lang oder so, ja, Stimmung wieder im Eimer. Also es reicht echt ein Negativkommentar aus, um fünf Gute auszusehen, also wegzubügeln einfach. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich glaube, dass das vielen Leuten so geht und möglicherweise ist das auch der Grund, warum es mehr schlechte Nachrichten gibt als gute. Weil das Leute einfach viel mehr beschäftigt, wenn sie was Schlechtes hören. Weil du meinst, es schlägt mehr ein, oder was? Ja, es schlägt mehr ein. Ich kann mir vorstellen, dass das so evolutionäre Gründe hat, dass du eben aufmerksamer auf das bist, was dich in Gefahr bringt, weil das einfach für dein Überleben wichtiger ist. Das könnte sein, ja. Darauf zu achten, was zu deinem Untergang führen könnte, ist wichtiger als sozusagen darauf zu fokussieren, was gut und schön ist. Wir haben übrigens noch eine zweite Kritik bekommen. Du redest zu lang. Ich rede zu lang. Ist gerade reingekommen. Du Dreckschwein! Ja, vielleicht du. Ja. Ich wollte nochmal an dieser Stelle nochmal auf etwas hinweisen, was ganz anderes. Und zwar bei Arte gibt es gerade eine ganz tolle Dokumentation über Bill Murray zu sehen. Ja. Toller Schauspieler, großer Melancholiker, wahnsinnig guter Humor. Und auf Arte, die haben sein ganzes Leben beleuchtet, wie er ganz früh angefangen hat mit Saturday Night Live in New York. Okay. Und dann aufgestiegen ist, wahnsinnig trockenen, guten Humor hatte immer unter der Gürtellinie. Ja. Und sich aber insgeheim sehr für Buddhismus interessiert hat und so Spiritualität und hat dann versucht, einen Film zu machen über, wie es ist, in Tibet zu leben, auf dem Berg. Mhm. Der Film ist furchtbar gefloppt und daraufhin musste er Ghostbusters machen. Und er fand Ghostbusters persönlich immer total scheiße, aber ist mega erfolgreich geworden. Sag mal, wie muss man sich das vorstellen? Bill Murray. Entschuldigung, ich lege ein bisschen blöd, weil ich habe Bananen im Mund, egal. Bill Murray ist zu sehen, wie er in Tibet irgendwo an einem Berg sitzt und meditiert, oder was? Ja, da gibt es irgendwie auch eine Geschichte und so. Das ist eine Verfilmung von einem Roman. Ich habe den Film nicht gesehen, das wurde jetzt auch nur so im Ausschnitt gezeigt. Aber irgendwie scheint da echt nicht viel zu passieren, außer dass er meditiert. Also er spielt selber mit. Er hat nicht Regie geführt, sondern er spielt da selber mit, oder was? Genau, er ist der Hauptdarsteller, der nach Tibet geht und sich selber findet. Und zum Glück ist er von dieser Buddhismusscheiße weggekommen. Ja, auf jeden Fall, ja. Und pass auf, pass auf, pass auf, ganz cooles Ding. Der hat keinen Agenten, das Einzige, was er hat, ist ein Telefonanrufbeantworter und da kannst du auch anrufen und ein Angebot unterbreiten und ihn anflehen, dass er irgendwie mal in unsere Sendung kommen soll. Ja. Und eventuell taucht er auf. Also da gibt es ganz große Regisseure wie Sofia Coppola oder Wes Anderson. Ja. Die haben ihn bekniet, dass er die Hauptrolle in einem ihrer Filme spielt und die haben das Einzige, was sie hatten, immer wieder auf diesen Anrufbeantworter zu quatschen. Und eventuell taucht er auf. Hm. Ja, es ist so, naja. Macht ihn natürlich noch cooler, ne? Macht ihn noch cooler. Macht ihn noch cooler, auf jeden Fall. Und, ja, und der ist irgendwie, der hat irgendwie gar nicht mehr so die Ambition, großer Star zu werden. Ähm, angeblich taucht er dann auch gerne mal bei irgendwelchen Hochzeiten auf oder bei irgendwelchen Partys und crasht die dann so. Na, er soll ein toller Tänzer sein, hab ich gehört. Er soll spektakulär tanzen können. Und ein Sänger. Und ein Sänger, ja. Gute Stimme. Ich meine, er sieht natürlich ein bisschen scheiße aus. Mhm. Beziehungsweise, ähm, naja, er hat so die Ausstrahlung von jemandem, der sich damit abgefunden hat, dass er halt nicht aussieht wie ein Star. Er ist ein ziemlich abgefrühstückter Typ und, aber ich fand zum Beispiel Lost in Translation einen tollen Film. Ja, super. Der war super, ja. Also für alle, das ist jetzt mein Kulturtipp des Tages, ähm, guckt euch diese Bill-Mary-Dokumentation an. Hey, die Leute sollen sich das angucken und die sollen auch mal überlegen, wen sie gerne vielleicht mal in unserer Show hätten, oder? Das ist eine geile Idee. Frauen, bringt uns Frauen. Wir müssen die, wir müssen, ich will jetzt, ich will nicht Quote sagen. Äh, ich finde mich selber fragwürdig, dass wir immer nur mit Männern irgendwie, jetzt hätten wir heute mit einer Frau gesprochen, jetzt ist die krank. Mit Katrin Kruse hat's auch nicht geklappt. Was ist das? Was ist das, Florian? Ich versteh's auch nicht ganz. Sind das unsere inneren Chauvinisten, die sich irgendwie eine Ausrede suchen oder so? Was ist da los? Nee. Oder drängen sich die Frauen nicht so ins Rampenlicht wie die Typen? Ins Rampenlicht unseres Podcasts? Ja, keine Ahnung, vielleicht sind wir einfach noch zu klein, vielleicht denken sich die Mädels, ach, die mit ihrem kleinen Pull-Up-Podcast. Ich komm erst, wenn die Klicks in die Millionen gehen, eventuell, aber, hm, keine Ahnung. Hier mit Klicks, man kann's ja gar nicht mehr überschauen, ne? Dadurch, dass wir jetzt auf Spotify sind. Man kann's nicht mehr überschauen, ne. Ja, Leute, bringt uns Gäste, wenn ihr jemanden trefft, der euch interessiert, wir interviewen den für euch oder die, wenn sie uns auch interessiert. Ich hab heute zum Beispiel, kennst du Christian Bould? Christian Bould, kennst du Christian Bould? Ja, den kenn ich, ja. Christian Bould ist bildender Künstler und singt aber für seinen Lebensunterhalt. Das ist auch cool. Ich fänd das cool, wenn der in unsere Sendung kommt und mit uns redet und etwas singt. Ja, genau, das hab ich auch gesagt. Der, der, äh, war bei den Tomanern und, äh, singt jetzt immer irgendwie für so Choraufnahmen, äh, in internationalen Produktionen und reist immer rum und so, war jetzt in Italien. Ich hab heute in der Lito-Werkstatt einen Grappa getrunken, den Christian Bould mitgebracht hat. Und da hat mir die Werkstattleiterin das erzählt, dass der singt. Ja, stimmt, den könnten wir auf jeden Fall einmal einladen. Ist aber schon wieder, ist schon wieder ein Mann. Dann, Ausschlusskriterium, nächster Gast muss auf jeden Fall weiblich sein. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ja, ist richtig. Ich hab, pass auf, ich, ich hab auch noch, äh, eine ganz tolle Sängerin, die hat auch an der UDK bildende Kunst studiert und, äh, die macht aber ganz tolle Popmusik. Und, ähm, Marlene heißt die. Die, die macht tolle Skulpturen, muss ich dir mal zeigen. Ja. Und die hat auch schon zugesagt, dass die zu uns in die Sendung kommt. Das ist ganz, die macht wirklich super tolle Popmusik. Äh, ich wundere mich, dass die noch kein Star ist. Ich will die gerne supporten und, ähm, würde an dieser Stelle, also an dieser Stelle würde ich gerne einen Song von ihr spielen. Bei Grün dürfen wir gehen, bei Rot bleiben wir stehen. Bei Grün dürfen wir gehen, bei Rot bleiben wir stehen. Und wir laufen unter Blättern und sind doch nicht im Wald. Und wir laufen unter Blättern und sind doch nicht im Wald. Und die Laternen sind unsere Sterne und zeigen uns doch keinen Weg. Und wir laufen unter Blättern und sind doch nicht im Wald. Und die Laternen sind unsere Sterne und zeigen uns doch keinen Weg. Hey, das war Maya Marlene Lechner mit ihrer Hit-Single. Bei Grün dürfen wir gehen, bei Rot bleiben wir stehen. Äh, checkt sie ab bei Soundcloud. Ich finde, dass sie eine fantastische Künstlerin ist. Tolle Musik komponiert. Sie hat dann noch so ein, zwei Hits im Petto, die ich total abfeiere. Kann ich nur empfehlen, Maya Marlene Lechner. Ich wollte dich nochmal fragen, wie sieht es denn eigentlich, jetzt wo wir mal so einen Rundumschlag machen, wie sieht es denn eigentlich mit deiner Museumsshow aus? Wir können ja mal anfangen, das ein bisschen zu promoten. Ja, wir fangen nächste Woche an, das aufzubauen. Eröffnung ist am 26. November. Was ist das? Ist es Donnerstag? Das ist, glaube ich, ein Dienstag. Dienstag, okay. Dienstag, der 26. November ist Eröffnung. Da gibt es erstmal Reden und so weiter und ein bisschen Musik. Wer? Ja, wer hält eine Rede? Ich halte selber eine Rede und der Alfred Weidinger hält eine Rede. Und was ist mit Clemens Mayer? Clemens Mayer habe ich überlegt, ob der eine Rede halten soll. Dann dachte ich aber, den lade ich mir lieber in eine Show ein als Gast, als dass ich den für mich reden lasse. Ich glaube, das ist irgendwie unverkrampfter. Ja? Ja, ich möchte ja selber ein bisschen was auch erzählen und ankündigen, was dann da in dieser Skulptur laufen wird und so weiter. Ach, du bist auch so ein Künstler, der sich dann auch da hinstellt und den Leuten dann auch was erzählt. Naja, es wird ja, also diese Skulptur wird da stehen, diese Installation und dann gibt es ja regelmäßige Termine, wo dann da drin was passiert. Kann man über diese Skulptur? Ich werde diese Termine ankündigen und den Leuten sagen, was in diesem Kopf passieren wird. Ich werde jetzt nicht die Kunst erklären, aber es ist ja, es steht ja bis nächstes Jahr Mai und da wird es so sieben Veranstaltungen geben und die werde ich einfach ankündigen. Und kannst du schon verraten, was das für eine Skulptur sein wird? Das kann ich verraten, das wird eine Sphinx sein mit dem Kopf eines prominenten deutsch-polnischen Schauspielers und dem Körper eines, naja, sagen wir mal Löwen. Ja, es ist so eine Art böse Sphinx mit leeren Augen. Mit leeren Augen, wie groß wird das Ganze sein? Zwölf Meter. Zwölf Meter wird es hoch sein. Und breit? Nee, ungefähr, ungefähr, damit man eine Vorstellung bekommt. Ungefähr sechs Meter breit. Und man kann innen drin hochgehen. Ja, ja, man kann innen drin hochgehen und sich dann da Filme angucken und so weiter. Und zur Eröffnung am 26. wird das so eine Art Rolling sein und da noch ziemlich unberührt dastehen und dann wird es aber regelmäßige Veranstaltungen da drin geben und bei jeder Veranstaltung soll sich die Installation verändern, sodass sie sich also die ganze Zeit weiterentwickelt. So sieht's aus. Und der Kopf ist begehbar. Man kann dann oben im Kopf drin sitzen und dort wird dann auch was passieren, bei dem ich auch eine Rolle spielen werde. Ja, so sieht's aus. Genau. Wir machen da regelmäßig Show. Es hat sich jetzt so weit nach hinten verlagert, dass die erste Veranstaltung am 14. Dezember sein wird. Vorher gab's keinen Termin am 14. Dezember. Da mach ich erstmal nochmal die Banana-Petikus-Geschichte. Also diesen Hypnose-Salon, wo wir uns hypnotisieren lassen werden und zum gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Banane zurückreisen. Genial. Mit Dr. Jonas Asendorp, der das dann auch bei seiner Doktor-Verteidigung präsentieren wird in Wien. Deswegen müssen wir das als erstes machen. Und die Veranstaltungen werden dann losgehen im Januar, wo wir dann Leute einladen und praktisch unseren Podcast, unser Podcast auch reinfließen wird, der dann kein Podcast mehr ist, sondern eine Late-Night-Show. Eine Late-Night-Show, ja. Mit Musik und Gästen und so weiter. Ich bin so gespannt, wie das Ganze wird. Das wird totaler Kraftaufwand. Aber das passt für mich zeitlich alles sehr gut, weil Dachbauarbeiten, die können ja im Winter nicht stattfinden. Das ist ja alles zu kalt und so. Da habe ich Winterpause und da habe ich so viel Zeit und ich freue mich schon tierisch darauf, mit dir dann da in Leipzig im Kopf einer Sphinx eine Radioshow zu machen. Das wird fantastisch. Ja, das wird geil. Ich bin mal auf die Akustik gespannt. Also ich werde mich so freuen. Ich werde so ablachen, wenn wir da oben wirklich sitzen und das klappt und wir dann da den ersten Gast haben und mit dem sprechen und Musik gespielt wird und so. Ich glaube, das wird großartig. Ich meine, wir haben jetzt ein ganzes Jahr lang geübt. Also ich meine, ey, wir sind jetzt so, ich habe neulich mal in den Kalender geguckt, meine Ausstellung, die erste muss eine fette sein, liegt ein Jahr ungefähr zurück. Ja. Da fing das ganze Podcast, lass uns über Kunst reden, fing da eigentlich an und unser Podcast läuft jetzt schon fast seit einem ganzen Jahr. Hey. Wirklich? Hey. Echt? Naja, ja. Nee, aber wann haben wir angefangen? Im Februar, glaube ich, oder? Ja, aber wir haben ja schon vorher so ein Artist Talk gehabt und wir haben ja auch mal so telefoniert. Also ich meine, so im Geiste ging es dann auf jeden Fall so los. Ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das alles wird. Gut, ne, sagst Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, dann gebe ich dir Rat, einen Ratschlag durchs Telefon, aber vorbei komme ich nicht. Habe ich keinen Bock zu. Nee. Nein. Nein, wenn du wirklich Hilfe brauchst oder so oder Not am Mann ist, dann weiß der, also ich bin auf jeden Fall ein Teamplayer, da kannst du dich auf mich verlassen. Ja, ich danke dir. Naja, und du kannst ja auch was bauen, ne? Ich bin, ich bin handwerklich mittlerweile begabt. Früher war ich voll der Tollpatsch, aber doch, dadurch, dass ich das jetzt alles ein bisschen gelernt habe, kann ich was, ja. Ja. Ja, ich habe auch immer gesagt, ich bin handwerklich nicht so begabt. Ich verletze mich immer erst mal, wenn ich irgendwie anfangen soll, irgendwas zu bauen oder so. Verletze ich mich erst mal, blute erst mal ein bisschen die Installation voll und so, wie auch in Hamburg passiert ist. Aber nach der Zeit groove ich mich, ich mache das durch Beharrlichkeit wett. Ja, also wie gesagt, wenn Not am Mann ist, ich habe hier in Berlin auch noch ein, zwei Leute, die auch immer so nach Jobs gucken und so, da kriegen wir, wenn dann wirklich so irgendwie zwei Tage vor Eröffnung total Not am Mann ist. Tja, noch nichts steht. Noch nichts steht. Scheiße, wir müssen hier zwei Nächte durchmachen, Hasselbart, komm vorbei, dann schwinge ich mich in mein Batmobil und komm vorbei. Ja, wenn ich das Hasselbart-Logo an den Himmel projiziere. Wie sieht denn das aus, das Hasselbart-Logo? Das ist ein großes Grinsen. Wir beide. Aber ich finde, wir könnten mal ein bisschen über Merchandising nachdenken. Ja, auf jeden Fall, habe ich auch überlegt. Lass uns das mal im Auge behalten, dass wir das vielleicht während dieser Ausstellungszeit dort irgendwie illegal verkaufen können, am Museumsshop vorbei. Ja, 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 so ein bisschen, ja, aus einer Sporttasche raus. Aus einer Sporttasche, irgendwie T-Shirts, Buttons, ich habe eine Button-Maschine. Was, was gibt es noch? Tell me. Kokain. Warum ist das Leben so lang Kokain? Ja, so Drogenbeutelchen. Ja, Drogenbeutelchen. Mit unserem Podcast-Logo, diese Dinger zum Zusammenzippen, das ist doch gut. Ja, das ist cool. Können wir selber, sind wir in der Lage, selber eine Droge herzustellen? Ja, das werden wir wohl hinkriegen. Wir haben so viel jetzt schon hinbekommen, wir können auch mal irgendwie mit ein paar Chemikern uns zusammensetzen und so ein kleines Gebräu zusammenmixen. Ich habe letztens so ein Interview gesehen mit Iggy Pop, wo er erzählt hat, dass er in Berlin Spinnenweben geraucht hat. Junge, der Typ ist crazy, Alter. Es war so ein Gespräch, da ging es um Berlin, um seine Zeit in Berlin mit David Bowie und so und da haben sie ihn gefragt, warum er in Berlin, also warum die in Berlin so eine gute Zeit hatten. Und da sagt er, naja, es gab halt eine Mauer, die hat die ganzen Arschlöcher draußen gehalten. Ich glaube, damit trifft er die Sache auf den Punkt, glaube ich. Halt West-Berlin, ne? Ja, West-Berlin, ja, die Insel im Kommunismus. Also die Arschlöcher sind eigentlich wir, ne? Nee, das sind nicht wir gewesen, sondern das waren die ganzen Typen, die zur Bundeswehr gehen wollten. Lieber zur Bundeswehr, als im Crazy West-Berlin abzugammeln. Ich habe noch ein neues Format für unsere Sendung. Ja. Können wir uns mal Gedanken drüber machen? Und zwar Künstler der Woche. Und zwar habe ich eine Empfehlung. Ich möchte einen Künstler empfehlen, der mir sehr am Herzen liegt. Georg Tanner, das ist ein Maler, mit dem ich zusammen, der auch bei Astrid Klein studiert hat. Wir sind uns dort öfters über den Weg gelaufen und ich finde, das ist ein großartiger, junger Maler, der geile Malerei malt und in der YouTube-Version blende ich jetzt ein paar Bilder von ihm ein und die sind so lustig, die sind so cool, die sind auch so comic-haft. Er malt Malerei. Nee, er malt so Bauern, die so mal aufs Feld kacken und dann guckt die Scheiße den Bauern böse an und der Bauer guckt böse zurück so und beide sind so, äh, äh. Oh. Obwohl die Scheiße ja der Freund des Bauern ist eigentlich. Ja, aber in dieser speziellen Situation ist die Scheiße irgendwie wütend auf den Bauern und der Bauer ist aber auch wütend auf die Scheiße und beide gucken sich grimmig an und er hat einen sehr, sehr knuffigen, lustigen Malstil und ich mag die Malerei sehr gern und was ich glaube ist, dass, also ich will jetzt da nicht zu viel Lorbeeren vorschießen, aber ich glaube, dass das was wird, dass das eine coole Sache ist, dass das eine coole Malerei ist und dass wir von Georg Tanner noch einiges sehen und hören werden und ich will den an dieser Stelle empfehlen, die Malerei von dem anzugucken. Ich muss einen Jingle machen, Künstler der Woche. Und wir müssen noch einen Witz erzählen. Letztes Mal war nämlich, ich habe den Witz vergessen, das ist kritisiert worden, ne? Ja, ich habe einen Witz. Ich habe sogar zwei Witze. Erzähl den besseren. Wie heißt das Auto eines verrückt gewordenen Bauern? Psychopharmaka. Schon ganz schön flach. Psychopharmaka, alles klar. Der war zu raffiniert für mich, den habe ich nicht gecheckt. Okay, ich erzähle dir noch einen. Sagt der Elefant zum Kamel. Sag mal Kamel, warum hast du da eigentlich zwei Brüste auf dem Rücken? Sagt das Kamel. Ja, das ist aber eine ganz schön dumme Frage für ein Tier, was einen Penis im Gesicht hat. Ich darf ja nicht so laut lachen, ne? Ich darf ja nicht so laut lachen. Ja, ja, genau, genau. Jetzt haben wir zwei Witze verballert, dann behalte ich meinen für mich und erzähle den das nächste Mal bei Mandy Gerd. Die Mandy Gerd soll einen Witz erzählen. Die soll einen Witz erzählen. Ja, 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 ja. Ich glaube zwar nicht, dass Politiker Witze erzählen können. Ich glaube, die CDU und die FDP, die haben immer so einen guten alten Altherrenhumor am Start. Weißt du, so was Juviales und abends in der Kneipe stehen und schon einen sitzen haben und dann mal so ein... Ja, aber die erzählen dir nicht öffentlich, die Witze. Genau, erzählen dir nicht Öffentlichkeit. Und die Linken, die haben ja den Nimbus, dass die so ein bisschen Humor befreit sind. Genau wie die Grünen. Die nehmen alles immer sehr ernst. Und da wäre ja mal interessant, wenn Mandy dann mal einen Witz erzählt. Obwohl Kevin Kühner, glaube ich, ganz lustig ist. Kevin. Haben wir noch was? Ich habe meine ganze Liste abgearbeitet. Schick mir mal was von der Marlene oder Marlene. Wie heißt sie? Marlene Marlene. Ja, die ist toll. Die soll dann auch bei uns in die Show kommen. Ich fände es auch sowieso gut, auch Musiker da zu haben und so. Und ansonsten überlegen wir weiter, wen wir einladen können. Vielleicht noch ein Gangster. Ich habe hier so einen Russen-Gangster-Kumpel. Ach siehst du, die Koschka-Linkerhand. Die Feministin aus Leipzig. Die schreibe ich mal an. Die schreibe ich mal an. Genau. Okay. Und ein Gangster. Auch noch ein Gangster. Der muss aber auch Künstler sein. Das ist ganz wichtig. Der ist auch Künstler. Der ist sogar Sammler. Der ist Sammler, Künstler und Gangster. Sag mal, als Gangster muss man da eigentlich in der Gang sein? Aber man kann kein Einzelgänger-Gangster sein, oder? Doch, kann man schon sein. Aber es ist schwieriger. Es ist schon gut, wenn man eine Gang im Hintergrund hat, die einem bei Streitigkeiten auch zur Seite springt und hilft. Rücken. 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 Genau. Rücken. Gut. Machen wir Schicht. Nö, ansonsten kann ich jetzt eigentlich gar nichts Großartiges mehr sagen. Außer noch ein paar liebe Grüße ausrichten nach Frankfurt an meinen Arzen. Never forget the 86 auf Instagram. Bei dem war ich auf einer Party eingeladen. War sehr lustig. Über den Podcast übrigens. Der hat mich über den Podcast kennengelernt und dann auf eine Party eingeladen. War sehr cool. Echt? Warum passiert mir das nicht? Ach, das wird auch schon wieder noch passieren. Warum hat er mich nicht eingeladen? Gute Frage, ne? Weil ich halt besser bin. Ich kling nach weniger Spaß, glaube ich. Ne, ich lache zu laut. Ich lache zu laut. Es war eine sehr ruhige Party. Es war wirklich eine sehr ruhige Party. Ah, ja, ja. Okay. Okay. Nö, ansonsten immer mal wieder liebe Grüße an natürlich Andi Kania. Die Auktion habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Auktion lief sehr gut. Andi, auch super Sendung. Ja, genau. Richtig gut. Liebe Grüße an Anna Nero, an Raphael Horzorn auch ganz liebe Grüße. Titus hat mich angerufen, fand die Sendung auch sehr gut. Liebe Grüße an Titus, schade. Der hat dich angerufen, um dir zu sagen, dass er die Sendung gut fand. Ja, der war in Berlin und hat dann angerufen und gefragt, ey, kommst du auch noch vorbei zu der Eröffnung von Horzorn und so? Und da war ich aber gerade noch woanders und wir wären uns fast über den Weg gelaufen. Er hat da angerufen und gefragt, wo ich bin. Ach, wie war denn eigentlich die Eröffnung? Ach so, ja, kann ich ja noch kurz erzählen. Die Eröffnung von Raphael Horzorn, die war mega dolle gut besucht. Ja, ich habe es ein bisschen gesehen im Netz. Genau, also bei, da ist ja dann immer halb Berlin Mitte irgendwie zu Gast. Ich habe da immer bei diesen Eröffnungen so ein bisschen meine Schwierigkeiten anzuknüpfen, weil man muss halt sagen, das ist ein anderes Semester. Die sind alle ein Stück älter als ich. Die sind, naja, wahrscheinlich schon 20 Jahre, 15 Jahre älter als ich. Und ich habe mit denen überhaupt nicht so viel zu tun. Das sind halt irgendwie Leute, die es schon zu was gebracht haben im Leben irgendwo in Designer oder Redakteure oder sowas. Darum finde ich es persönlich immer ein bisschen schwierig, da irgendwie anzuknüpfen. Die interessieren sich auch für andere Sachen und so weiter. Aber Raphael ist eigentlich ein guter Gastgeber. Da gab es dann Buletten und Sekt und Alkohol und da haben wir dann schön einen gesoffen. Ein paar Kumpels von mir sind dann auch vorbeigekommen. Also es war schon alles ganz nett, so sagen wir mal. Es war ganz cool, so Musik. DJ Gigola hat gut aufgelegt. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, wie soll man das sagen? Es war halt so eine Vernissage, ne? Also wie halt so eine Vernissage ist. Alle stehen rum, sind cool und besaufen sich. Ja, okay. Gut. Also man kann es gut finden oder man kann es auch langweilig finden. Ich fand es ganz nett, weil ich Raffi mag, aber ich bin dann auch irgendwie nach einer Stunde wieder abgehauen. Bei mir hängt es immer so von der Stimmung ab. Genau. Also von meiner Stimmung und auch von der, ich meine es gibt ja so Eröffnungen, wo die Leute irgendwie checken, ob sie dich jetzt grüßen oder nicht. Ja, das ist schrecklich. Und wie wichtig bist du jetzt und wie viel Zeit kann ich jetzt mit dir verbringen und so weiter. Und dann gibt es aber auch Eröffnungen, wo das gar nicht so ist, ne? Wo plötzlich alle freundlich und gut drauf sind. Keine Ahnung, wo ich mich so aufgehoben fühle und da wie so durchgetragen werde oder selber durchtrage und es ist die ganze Zeit irgendwie lustig und charmant. Und dann unterhältst du dich plötzlich mit Leuten, von denen du nie gedacht hast, dass du dich mit denen unterhalten kannst und so. Sowas passiert auch zwei, dreimal bei mir im Jahr. Pass auf, ich habe das ja früher richtig doll abgehatet, ne? Da habe ich ja immer gedacht, oh Mann, immer dieses Abchecken und dieses von oben herab und so dieses ganz vorsichtige Ausloten, was hast du, was hast du gemacht und so weiter. Und bloß nicht zu viel Preis geben, ja? Das habe ich, ich fand das immer, ich fand das so anstrengend. Naja, und irgendwann habe ich das dann aber verstanden, dass es im Grunde für Künstler ja auch ein Teil der Arbeit ist, ne? Also es ist im Grunde ein Branchentreffen, könnte man sagen, auf Wirtschaftsdeutsch, wo man natürlich im Grunde Geschäftsgespräche führt, so auf einer anderen Ebene sozusagen. Ja, und das Grundstück besteht darin, trotzdem gute Laune zu behalten, ne? Genau, genau, und trotzdem, ja, 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 genau, also trotzdem irgendwie so den Eindruck zu vermitteln, dass es eine geile Party wäre. Ich würde ja gerne mal so die Kollegen fragen, also wenn sie dann dort sind, haben sie ja immer alle gute Laune und so und ich habe auch, ich meine, wenn ich schlechte Laune habe, gehe ich weg, ne? Ist klar. Ja, ich habe dann meistens auch gute Laune, aber ich muss mich manchmal so überwinden, da hinzugehen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich irgendjemandem versprochen habe, ich komme und so, oh, ich bin zu Hause, ich zögere das hinaus, ich habe eigentlich keinen Bock und so. Erfahrungsgemäß wird es dann immer gut irgendwann, aber ich wüsste gerne mal von den Kollegen, wie das so ist, wie so die letzten, die letzte halbe Stunde, bevor sie losgehen, wie sie das so, wie sie da so zu Hause sind. Ob die da gerne hingehen oder ob die da auch hinaus zögern. Ja, ob sie dann sagen, oh, nee, ich habe eigentlich keinen Bock, ob sie es hinaus zögern, ob sie irgendwie noch, das wüsste ich gerne mal. Ich tue mir das eigentlich gar nicht mehr so richtig an, so, also ich, bei mir ist es immer nur noch so ganz zielgerichtet, wenn ich ein, zwei Leute sehen will, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und die da rumhängen und dann, dann will ich die sehen und dann sage ich hallo und dann noch die Kunst, die Kunst will ich mir noch angucken, gucke ich mir die an. Und dann mit ein, zwei Leuten und dann, man muss da auch aufpassen, weil man dann auch zu einem Kunsthasser werden kann. Das kann einen dann auch irgendwann so abturnen, diese ständige Hingelatsche zu irgendwelchen Vernissagen, dass man irgendwann so abgeturnt, dass Kunst nur noch scheiße findet. Also, das kann mir nicht passieren, ich werde nie ein Kunsthasser sein, weil die Kunst ja was anderes ist als eine Ausstellungshörfrau. Ausstellung 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 Alle stehen rum Ausstellung Trinken Bier Trinken Wein Trinken Bier Trinken Wein Ausstellung Ausstellung Trinken Bier Ausstellung 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 Alle stehen rum, alle stehen rum, 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 rum. Wir trinken Wein, manche die Wasser trinken, sind auch dabei. Ausstellung, 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 alle stehen rum, alle stehen rum, alle stehen rum, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung. Alle stehen rum, alle stehen rum, Ausstellung, alle stehen rum, Ausstellung, alle stehen rum, Ausstellung, alle stehen rum. Also ich identifiziere ja nicht die Kunst mit der ganzen Soße da drum rum. Aber es ist ein wesentlicher Teil, der trotzdem dazugehört. Das sind die Leute, das Umfeld, die sich die Kunst auch angucken und damit was zu tun haben, damit arbeiten. Mike Kelly ist nie zu einer Eröffnung gegangen von sich selber. Ich meine, gut, der hat sich auch umgebracht am Schluss. Na, Kippenberger zum Beispiel, der meinte ja auch, dass er ohne Alkohol die ganzen Leute einfach nicht erträgt. Dass ihm das alles zu viel ist, wenn er nicht einen im Kahn hat. Ja, aber ich meine, der hatte ja immer einen im Kahn, ne? Ja, ja. Ich meine, der hat das ja dann benutzt, ne? Der hat sich ja hingestellt bei den Eröffnungen, hat stundenlang Witze erzählt und so weiter. Du, ich finde, pass auf, ich finde, ich finde es ja einfach richtig cool, dass du bei deiner eigenen Eröffnung, dass du da das Wort ergreifst und die Leute im Prinzip persönlich begrüßt und denen dann auch noch mit was auf den Weg gibst. Das finde ich ja ziemlich cool und ich finde auch, dass du da nochmal eine Performance anbietest, diese Bananen-Hypnose-Geschichte. Das finde ich irgendwie, ich glaube, das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen das Problem bei so einer Eröffnung, dass eben, also die Kunst macht schon viel Arbeit, aber vielleicht ist es cool, dann eben obendrauf noch ein bisschen was anzubieten. Weißt du, wie ich meine, was nochmal das Eis bricht? Ich habe das festgestellt, wenn ich eine Rede gehalten, ich habe neulich eine Rede gehalten bei einer Eröffnung, bei einer Ausstellung, man kann, manchmal werde ich öfters angefragt, ob ich eine Eröffnungsrede halte für eine Ausstellung. Und ich habe mitbekommen, und das wurde mir auch mehrmals gesagt, dass das so eine Art Icebreaker ist, dass ganz oft so eine frostige Stimmung da ist oder so und dann gibt es irgendeinen Trottel, der sich einmal kurz mit beiden Beinen ins Fettnäpfchen reinspringt und sich komplett lächerlich macht und dann aber vielleicht doch was Cooles sagt. Und alle haben dann so einen gemeinsamen Moment und merken dann, okay, der hat sich jetzt gerade richtig zum Eumel gemacht, schlimmer kann es eigentlich nicht werden, da kann ich mich jetzt auch ein bisschen locker machen. Egal, was ich heute noch sage. Genau. Oder die stellen fest, ey, es ist eigentlich ganz cool, wenn sich einer ein bisschen zum Eumel macht, das ist eigentlich lustig und dann machen die anderen das vielleicht auch ein bisschen und werden ein bisschen lockerer. Also das war tatsächlich meine Feststellung und das habe ich immer wieder auch so als Feedback bekommen. Richtig, finde ich gut. Man muss sich zum Ei machen, man muss bereit sein, sich zum Ei zu machen, klar. Also das heißt, bucht mich, wenn ihr eine Ausstellungsöffnung habt, bucht mich und ich halte euch eine Rede. Na, eigentlich das Traumduo wären ja du, du hältst eine Rede und Andi Kanja zapft das Bier. Boah, das wäre der Wahnsinn, das wäre so ein cooles Ding. Und ich finde auch, Digga, pass auf, Paolo, wir sollten das jetzt mal hier auch ein bisschen vorantreiben, wenn wir beide Artist Talks führen in Ausstellungen. Also wenn, das fände ich auch, wenn wir beide als Team gebucht werden und als zweit nicht die Vernissage, sondern vielleicht als Finissage oder zwischendurch, wir beide einen geilen Artist Talks machen. Ja, gegen Aufpreis geht es auch online. Gegen Aufpreis geht es natürlich auch online und Andi Kanja zapft. Oh, wow. Wir werden die Eröffnungsagentur. Ey, wirklich, ich fände das so cool. Die Vernissager, die Vernissagers. Die Eröffnungscrusher. Genau. Von uns gepimpt. Es wäre cool, also wenn die dann mal so die ganzen Galerien mal so auf die Idee kommen, dass sie vielleicht doch ein bisschen Programm noch machen müssen, irgendwie so ein kleines Highlight oder so, dass man dann mit uns eine Stunde coolen Talk hat, der lustig ist, aber auch informativ und bereichernd und mehr Wert erzeugt. So sieht es aus. Das wäre geil. Sag mal, wie ist das eigentlich, wenn Leute uns Geld spenden wollen, wie kriegen die eigentlich mit, wo sie das hin überweisen können? Durch mich. Wenn ihr Geld spenden wollt, liebe Freunde, wir freuen uns total drüber. Wir haben neulich ein Zugticket für Paule davon bezahlt. Wir wollen damit auch noch einen neuen Mikrofonständer kaufen zum Beispiel. Und ein paar Zigaretten für den nikotinsüchtigen Florian, damit er nicht immer an Sex denkt. Und wenn ihr Geld spenden wollt, dann bitte an florian.hesselbart mit Doppel-S und TH am Ende at gmail.com mit Paypal. Könnt ihr uns was überweisen. Jeder Euro hilft. 10 Cent, 20 Euro, was ihr wollt. Wir freuen uns wirklich über jede Spende. Das ist ein ganz tolles Kompliment. Und natürlich werdet ihr dann auch namentlich erwähnt im Podcast. So machen wir das. Und vielleicht sollten wir was anbieten. Du, vielleicht sollten wir was anbieten. Das wäre, wir bieten auf jeden Fall was an. Wenn das irgendwie eine gewisse Summe ist, sagen wir 10 Euro oder so, ja? Oder sagen wir 15 Euro, irgendwas. Dann gibt's vielleicht, müssen wir uns nochmal überlegen, dann gibt's vielleicht eine Zeichnung oder sowas. So ein kleines Zeichnung oder ein kleines Gedicht oder sowas. Oder irgendwie, oder wie wir beide sporten. Ja, ein Gedicht ist gut. Ein Gedicht zu einem vorgegebenen Thema. Genau. Ja. Also wer über 10 Euro spendet, kriegt ein Gedicht. Wer über 20 Euro spendet, kriegt ein illustriertes Gedicht. Ey, Spottpreis. Ey, das ist zu billig, das ist zu billig. Wer über 20, wer 20, wer 20 Euro spendet, kriegt ein Gedicht. Wer 30 Euro spendet, kriegt ein illustriertes Gedicht. So. Von, von uns beiden. Von uns beiden. Zum Beispiel, du schreibst das Gedicht, ich mach die Illustration. Als Beispiel. Genau so. Geiles Ding. Genau. Für 20 Euro gibt's ein Gedicht, ab 30 Euro gibt's ein Gedicht mit Illustration. Wahnsinn. Sehr gut. Und als allerletztes Ding, wir werden jetzt ganz gleich Feierabend machen, aber als allerletztes Ding, hinterlasst uns Kommentare. Wir freuen uns über jedes klitzekleine Furzel-Kommentar, über jeden Daumen hoch und abonniert unseren Kanal bei YouTube und empfehlt uns natürlich weiter. Also wir machen jetzt, wir sind die 17. Folge, wir haben uns ganz gut entwickelt. Wir sind mit der Technik auf jeden Fall vorangeschritten, aber wir wollen noch besser werden und noch größer und noch schöner und noch mehr Gäste. Alles klar. Okay. Ey, Paul, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Gleichfalls. In dem Sinne, in dem Sinne verabschiede ich mich. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Und zum Abschied hören wir jetzt noch einen Song von Maja Marlene Lechner mit dem Titel Lazy. Ist wirklich eine tolle Künstlerin. Folgt ihr bitte bei Soundcloud und bei Instagram und bucht sie, wenn ihr eine geile Ausstellung haben wollt. Also oder wenn ihr eine geile Vernissage haben wollt, dann kann man sie auch buchen. Maja Marlene Lechner mit ihrem Song Lazy. Macht's gut. Schönen Sonntag noch. Ich bin so lazy, ich bin so lazy, ich bin so lazy, ich bin so lazy, ich bin so lazy. I'm so lazy I'm so lazy I'm so lazy I should work so hard 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 I'm so lazy